Dankeschön, lieber Bernd, sehr geehrter Herr Minister, liebe Pflegende, liebe Intensivmedizinerinnen und Mediziner, ich bin heute ohne Ritternase zu Ihnen gekommen und wollte, auch wenn ich kein Uhr gesteint bin, mich bedanken für die Gelegenheit, hier hochzukommen. Ich bin immer noch so verblüfft, dass man ein Déjà-vu und eine Amnesie zur gleichen Zeit haben kann, mit diesem doppelten Preis, das hat mich gerade ein bisschen verwirrt, Déjà-vu und Amnesie, dieses komische Gefühl, Mensch, das ist eben, das hast du genau so schon mal vergessen. Man redet über Delir und dann denkt, habe ich die nicht eben schon gesehen? Doch. Ich wollte den Minister unterstützen mit einer Idee, mit den Pflegekräften, schade, dass er jetzt raus ist, man muss gar nicht so weit fahren, um deutschsprachige Pflegekräfte zu finden, nicht nach Mexiko, nicht nach Osteuropa, in der Schweiz sind die alle. Und wenn man die Bedingungen in Deutschland ein wenig attraktiver macht, dann bleiben die und kommen auch gerne wieder aus Norwegen zurück. Also brauchen wir auch gar nicht so viel Einarbeitung in Sprachkurse. Ich möchte heute darüber sprechen, dass ich auf einen Zufall hin auf der anderen Seite der Bühne hier sitzen würde, nämlich ich habe meine Doktorarbeit in dem Bereich der Intensivmedizin gemacht und mein Doktorvater ist sogar hier, Uwe Kreimeier, wo ist er? Da hinten? Na, sehr schön. Ich habe mich intensiv auf diesen Intensivkongress vorbereitet. Kooperation führt zur Entwicklung und ich dachte, was haben diese schlechten Schauspieler auf dem Bild für eine Instruktion bekommen? Ihr müsst total angestrengt gucken, aber bitte keiner von euch guckt in die Kamera. Das ist, Werner hat es gerade gesagt, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Minister kommen und gehen und Wiederbelebung bleibt. Die Idee Kids Saves Life finde ich wunderbar und wir haben da schon tolle Aktionen gemacht, um diese Grundidee, jeder, der zwei Hände hat, kann Leben retten, wirklich in die Breite zu bringen. Ich habe es auch mal mit dem Verkehrsministerium versucht, mit der Idee zweite Erste-Hilfe-Kurs, also auffrischen, dann wechselten da auch wieder Minister und die würden mehr Leben retten, wenn sie ihr Motto runter vom Gas ernst nehmen würden. Ich habe meine ärztlichen Stolz erfüllt, als mir fünf Zuschauer, nachdem wir zusammen in der Sendung Quiz des Menschen im ersten deutschen Fernsehen das Thema Erste-Hilfe platzieren konnten, sagten, dass sie einen Angehörigen gerettet haben, nur weil sie das dort gesehen haben. Und das freut mich. Ich finde, öffentlich-rechtliches Fernsehen ist nicht nur da, Krimis zu senden und zu sagen, wie man Leute umbringt, sondern auch, wie man Leute zurückbringt. Man kann nicht nur ermitteln, man kann auch vermitteln und deswegen gehe ich manchmal auch zur RTL. Zum Beispiel bei Bülern waren wir in Mannheim an der Schule, wo sowas auch normalerweise nicht unterrichtet wird. Also Prominente kann man nutzen, um Ideen in die Öffentlichkeit zu bringen. Hier ist Uwe Kreimer. Damals hatte er noch Haare. Ich habe über die Wirksamkeit einer intravenösen Immunglobulin-Therapie in der endotoxidimischen Phase beim Schwein gearbeitet und deswegen bin ich auch Komiker geworden, weil diese Arbeit war echt für den Arsch. Die Schweine sind umsonst gestorben und sie waren noch radioaktiv markiert, wir konnten sie danach nicht mehr grillen. Nachdem ich diese Arbeit gemacht hatte, kam nämlich ein monoklonaler Antikörper, der das Immunglobulin-Präparat komplett überflüssig machte. Aber das ist Wissenschaft. Der aktuelle Stand des Irrtums und ohne diese vier verlorenen Jahre wäre ich wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, Komiker zu werden, sonst wäre ich jetzt da. Ich versuche auch, das Thema Organspende voranzubringen. Auch das ist etwas, wo Humor nachweislich hilft. Ich habe das mal wirklich in der kontrollierten Studie mit dem Publikum getestet, mit der Uni Erfurt und Uni Bielefeld und die Studierenden, die sich dafür einsetzen, sind immer bei mir zu Gast, wenn ich live auftrete und können dann in der Pause Aufklärungsarbeit machen. Und salopp gesagt, das Gehirn ist das einzige Organ, bei dem ich lieber Spender bin als Empfänger. Wir brauchen ein bisschen, aber das ist ein gutes Argument, warum Hirntod ein gutes Kriterium ist. Und ich habe ein großes Herz für die Menschen, die Humanmedizin auch mit Humanität verbinden. Heute ist hier zum Beispiel auch die Teresa Deffner, die ich aus Jena kenne. In Jena haben wir von meiner Stiftung Humorhefteilende Aktivitäten auf der Palliativmedizin und auch auf der intensivmedizinischen Tagung, muss man ab und an daran erinnern, Menschen dürfen auch sterben. Und man kann sie auch gehen lassen. Und darüber zu reden, ist auch ein großes Tabu, weil wir natürlich alle in diesem Mythos erzogen werden. Wir können alle retten und das können wir nicht und das müssen wir auch nicht. Und auch Überversorgung ist auch in diesem Bereich zu viel des Gutens. Es gibt ein tolles Buch, was ich als Student geliebt habe, The House of God. Da steht drin, The Art of Medicine is to do as much nothing as possible. Und das gilt auch in der Intensivmedizin. Deswegen bin ich auch heute als Hofnarr hier. Ich kriege kein Geld, sondern meine Stiftung wird unterstützt. Deswegen sollten Sie kurz wissen, was Sie tun. Nach der Idee von Patch Adams bringen wir Clowns in Krankenhäuser. Aber inzwischen ein Drittel unserer Projekte geht für die Pflege. Wir machen Workshops für Pflegeteams. Wir machen Module für Pflegeausbildung. Und da geht es insbesondere um das, was man Resilienz nennt, was ja auch heute hier das Hauptthema ist, nämlich die große Frage, wie wird man besser mit Stress fertig? Wie kann man wieder auftanken lernen? Wie kann man das, was die positive Psychologie weiß, in die Praxis bringen? Wir machen zusammen mit DM auch viel für pflegende Angehörige. Und wir gestalten Stationen auch so. Schauen Sie mal, was aus der Sauerstoffanlage und dem Feuerlöscher wird, wenn man da einmal ein Kinderbuchillustrator über die Kinderstation lässt. Dann fühlt man sich da wohler. Dass Humor auch einer Intensivmedizin eine große Rolle spielt, verdanke ich auch dem Arbeiten von Peter Niedal, der diese wunderbaren Cartoons, diese Fotos, Love Stories aus der Pflege initiiert hat. Und auch Intensivtagebücher sind hier auch Teil der Ausstellung. Also auch hier immer daran denken, die Leute könnten wieder aufwachen und dann wollen sie auch wieder anknüpfen an ihr bisheriges Leben. Mein wichtiges Thema ist heute, gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten. Das ist scheinbar banal, aber es ist hochaktuell. Diese Woche tagt in Madrid der Weltklimarat, die europäische Gemeinschaft mit einer Ärztin an der Spitze, hat den Klimanotfall ausgerufen. Und so toll die Hochleistungsmedizin ist, so wirkungslos ist sie auch darin, die Grundlage von Gesundheit herzustellen. Die Grundlage von Gesundheit ist, was zu essen, was zu trinken und erträgliche Außentemperatur. Und wenn wir das verkacken, dann brauchen wir auch keine Hochleistungsmedizin mehr. Und wir sind gerade voll dabei. Warum ist mir dieses Thema so nah? Ich habe dann mal geguckt, was findet auf der Divi zum Thema Klimawandel statt. Keine Ergebnisse gefunden. Dann dachte ich, ja, vielleicht ist Klimawandel auch ein blödes Wort. Dann habe ich auf Überhitzung geguckt. Dann meinten sie Überdeckung. Und immerhin habe ich gefunden, dass tatsächlich auch unter extremen Temperaturbedingungen Notfallmedikamente plötzlich ganz anders wirken. Und wir müssen uns klar machen, wir haben Medikamente, die die Körpertemperatur senken können, aber nicht die Außentemperatur. Und deswegen ist dieses Thema für diesen Kongress mega wichtig aus drei Gründen. Erstens sind sie die Ersten, die Patienten angeliefert bekommen, wenn plötzlich wieder 42 Grad sind. Die zweite Ebene ist, dass sie selber im Saft stehen und bei 35 Grad Innentemperatur einen kühlen Kopf bewahren müssen für lebenswichtige Entscheidungen für andere Menschen. Das ist auch unmöglich. Die ganzen Krankenhäuser mit diesem ganzen Innovationsstau sind gebaut worden in einer Zeit, wo es nicht um Verschattung, um Begrünung von Dächern, um Kühlen ging. Und die werden beschallert mit Sonnenenergie und da drin ist es unerträglich. Altenheime sind fast nie mit Klimaanlagen ausgestattet. Das heißt, es kommen tausend von Patienten, das Robert-Koch-Institut hat das mal zusammengerechnet, 9000 Leute sterben bei so einer Hitzewelle. Die landen irgendwo. Warum reden wir darüber so wenig? Wer hat mir die Augen geöffnet, diese Frau? Wer kennt die? Wer weiß, wer das ist? Das ist Jane Goddard, genau. Jane Goddard ist eine der coolsten Frauen, die ich jemals treffen durfte. Ich bin sehr froh, weil sie auf eine Art mich berührt hat mit einer sehr einfachen Frage. Sie wurde berühmt als Schimpansenforscherin, aber sie ist so viel mehr als das. Sie ist wahrscheinlich die wichtigste Umweltaktivistin weltweit. Sie zeigte mir, wie nah wir den Schimpansen sind in ganz vielen von unseren Verhaltensweisen. Sie zeigte mir, wie die Aggressionen mindern. Und dann guckte sie mich aus diesen 83-jährigen Weisen etwas melancholischen Augen an und sagte, wenn der Mensch immer betont, er ist die intelligenteste Art auf dem ganzen Planeten, warum zerstört er dann sein eigenes Zuhause? Und diese Frage ist einfach, aber sie ist tief und sie ist nicht so banal zu beantworten. Und deswegen gebe ich die weiter. Deswegen habe ich das als meine Lebensaufgabe begriffen, diese Frage anderen Menschen zu stellen und zu fragen, wie schlau ist das, was wir gerade tun? Und welche Rolle haben Ärzte, Gesundheitsberufe? Denn Gesundheitsberufe sind angetreten, um Leben zu schützen, Gesundheitsgefahren zu identifizieren und manchmal schlechte Nachrichten zu überbringen. Und genau deswegen ist das unser Thema. Und deswegen bringe ich diese Frage, warum zerstören wir unser Zuhause noch ein bisschen pointierter? Hand hoch, wer von Ihnen, wer von Euch, kackt regelmäßig in sein eigenes Wohnzimmer? Keine Meldung. Okay. Also Betonung auf regelmäßig. Nicht aus Versehen. Nicht aus einem Affekt heraus oder einem akuten Infekt heraus. Das passiert schon mal. Aber mit Vorsatz macht das keiner. Warum machen wir das nicht? Das ist die spannende Frage. Wir könnten es uns leisten. Wir wüssten auch, wie es geht. Wir machen es nicht, weil uns unser Zuhause heilig ist. Weil wir sagen, da soll es schön sein. Das ist mein liebster Living Room. Da möchte ich keinen Scheiß. Da möchte ich eine gute Zeit haben. Und deswegen mal kurz die Fantasie bemühen. Wenn man aus seinem Wohnzimmer die Tür aufmacht oder das Fenster aufmacht oder sein Herz aufmacht, muss man doch verstehen, dass das hier unser aller Wohnzimmer ist. Was war 1969 die größte Erkenntnis der Apollo-Mission? War es die Gesteinsbrocken oder die Teflonpfanne? Nein. Es war der Blick zurück auf die Erde. Der Blick zurück auf eine Erde, die wunderbar, die schön und fragil ist. Eine Erde, die umspannt ist von einer Atmosphäre, die so hauchdünn ist, dass wir unglaublich auf sie aufpassen müssen. Und da sind unsere Sinne nicht besonders gut darin. Die Atmosphäre ist so dünn wie die Haut von einem Apfel. Und was machen wir? Wir gehen raus und denken, ach komm, da ist noch viel Platz nach oben, da können wir noch eine Menge Treibhausgase hinschicken. Nee. Machen Sie sich dieses Bild vom Apfel klar. So verletzlich ist diese Atmosphäre. Und was trägt die Anästhesie dazu bei? Eine Menge treibhausaktive Gase. Ich habe mir die Zahlen besorgt, dass was weltweit an Narkotika in OPs frei wird, entspricht einer Million PKWs im CO2-Ausstoß. Warum? Weil diese Gase, diese florierten Substanzen viel, viel wirksamer sind in der Atmosphäre als CO2. Und es gibt zum Beispiel an der Uni Greifswald, die haben mit Click Green zusammengearbeitet, haben einen Klimamanager besorgt, haben 60% davon reduzieren können. Das kostet erstens viel, viel weniger Geld und die Bilanz ist viel besser. Also, Hand hoch, wer hat schon einen Klimamanager in seiner Station mal gehabt? Wer hat jemanden im Krankenhaus? Also, wir haben da auch eine Verantwortung. Der Gesundheitssektor selber ist einer der größten Arbeitgeber im Land. Wir haben auch beim Minister gehört, wir wollen alle irgendwie die Automobilindustrie... Ich weiß es nicht. Streng genommen ist Automobilindustrie ein Zulieferer für die Gesundheitsbranche. Wer weiß das besser als die Intensivmediziner? De facto töten die Abgase von allen fossilen Verbrennungsvorgängen mehr Menschen als Rauchen. Das haben wir meistens nicht auf dem Schirm. Wir wissen heute, dass dieser ganze Feinstock aus Braunkohle, aus Diesel, der macht die Lunge kaputt, der geht aber auch, weil das so feine Partikel sind, ins Herzsystem, das geht in Zirn, das geht in die Gefäße, es macht Herzinfarkt, Lungen, Krebs sowieso, aber eben auch Schlaganfall. Das ist vielen Leuten gar nicht bewusst, wie eng unsere eigene Gesundheit mit der planetaren Gesundheit zusammenhängt. Und deswegen gibt es ein neues Fach und das heißt Planetary Health. Wenn Sie nicht so viel auf Englisch lesen wollen, das Deutsche Ärzteblatt hat darüber auch eine extra Ausgabe gemacht über Erderwärmung und Gesundheit, aber wir sind da echt international deutlich hinterher. Warum eigentlich? Weil diese Public Health-Gedanke in Deutschland total unterentwickelt ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir so getan, als wäre Gesundheit immer nur etwas, was mit Eigenverantwortung und deinem eigenen Leben zu tun hat. Aber Wiederbelebung ist ein super Beispiel dafür. Wenn ich mit dem Herzchen stand, auf der Straße liege, dann bin ich auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass andere Leute zupacken und wissen, was zu tun ist. Und der Klimawandel und der enge Zusammenhang mit dem Gesundheitsthema hat für mich genau diesen Bystander-Effekt. Man sieht sehenden Auges zu, wie etwas Schreckliches passiert und man denkt, hoffentlich macht es jemand anders. Und deswegen, wir sind dran und the greatest threat to our planet is to believe someone else will save it. Neu sind diese Themen nicht. Ich habe neulich bei mir auf der Facebook-Seite einen Post gehabt von Holmer von Dittwald von 1978. Da war das alles im Kern schon klar. Und immer noch, rechte Seite, muss Harald Lesch und Stefan Rahmstorf, einer der wichtigsten Klimaforscher in diesem Lande, jedes Mal sich gegen die AfD durchsetzen, wenn die wieder irgendein Bullshit behaupten. Und ich finde das total gefährlich für unsere Demokratie, dass nicht Wissenschaft, sondern Verschwörungstheorien mehrheitsfähig scheinen. Und da sollten alle, die an einer wissenschaftsbasierten Medizin auch dran sind, viel, viel stärker auch dafür sorgen, dass dieses grundsätzliche demokratische Verständnis, jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten, auch wirklich hochgehalten wird. Und die Faktenlage ist erdrückend. Wer erkennt ein Muster? Ja, es wird heißer. Und deswegen die fünf wichtigsten Aussagen. Es ist echt. Es ist menschengemacht. Es ist blöd, wenn wir nichts tun. Die Experten sind sich einig und es gibt Hoffnung. Warum haben wir 30 Jahre verloren? Viele erinnern sich noch, wie die Tabakindustrie ein paar Experten öffentlich bezahlt, platziert, nutzte, um Zweifel an Wissenschaft zu streuen. Es gibt ein tolles Buch, tollen Film Merchants of Doubt. Die Mechanik, mit der wissenschaftliches Denken unterminiert wird, in der Öffentlichkeit ist genauso. Und denken Sie nur an diesen Pneumologen Köhler, der über Tage das Boulevard bestimmt hat und keine wissenschaftliche Institution war in der Lage, dem einfach das Handwerk zu entziehen, weil seine Zahlen falsch waren. Aber Schlagzeilen und und und. Und nachher bleibt, ja, die wissen ja selber nicht. Das ist schrecklich. Die beste Quelle, die ich Ihnen empfehlen kann, Lancet Climate Countdown. Gehen Sie auf die Seite, schauen Sie sich diesen Report, an der vor drei Wochen erschienen ist. Da steht drin, was ein Kind, was heute geboren wird, in seinem Leben erleben wird, was man keinem wünscht. Und der Grundkonsens in einer Gesellschaft ist doch, dass es den Kindern besser gehen soll, als einem selber. Und das ist heute aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr der Fall. Hand hoch, wer von Ihnen hat Kinder? Wünschen Sie denen ein Leben auf einer Erde, die unbewohnbar wird, mit Hitze, mit Hunger, mit Kriegen, um Wasser, um Nahrung, um Plätze, wo es überhaupt noch lebensmöglich ist und und und. Das heißt also, wir werden gefragt werden von unseren Kindern und Enkeln 2019. Habt ihr alles wissen können, was ihr wolltet? Ihr wart in einem freien Land, ihr wart in einem demokratischen Land, ihr konntet euren Mund aufmachen, was war euch wichtiger? Und ich wünsche uns allen, dass wir gute Antworten haben. Und dieser 2019er Report ist eindeutig. Denken Sie daran, ein Kind, was heute geboren wird, hat 100 Jahre Lebenserwartung. Wir haben unglaublich viele tolle Fortschritte in der Medizin gemacht, auch durch ihren Job. Wir müssen an vielen Dingen, die Generationen vor uns hinweg gerafft haben, nicht mehr sterben. Aber wenn wir die Klimakrise nicht in den Griff kriegen, kommt West-Nir-Virus, Malaria, Chikungunya, Dengue und und und. Und alles Dinge, die wir sozusagen für Tropenmediziner Exoten gehalten haben, wieder. Und die nächste Hitzewelle, die letzte, hat auch 9000 Menschen das Leben gekostet in Deutschland, Europa 2003, 70.000. Warum ist das nicht ein Riesenthema auf dem Kongress? Danke für die Einladung, dass ich Ihnen das mal in der Deutlichkeit sagen darf. Ich habe in der Kinderneurologie gearbeitet als Arzt. Und der sensibelste Teil von Menschen ist das Hirn. Die Anästhesisten machen sich ja immer Scherze gegenüber den Chirurgen, hinter dem Tuch, die Blut-Hirn-Schranke und so weiter. Das Hirn verträgt nicht mehr als 41 Grad. Und dann fangen wir an zu spinnen. Sie kennen die Lire, Sie wissen, was dann passiert. Proteine zersetzen sich, das ist ungünstig. Was tut die Intensivmedizin in den letzten Jahren? Immer, wenn jemand was am Hirn hat, kühlen Sie den runter. Wenn aber die Erde immer heißer wird, passiert viel, viel Schaden. Alleine durch die Neurologie, aber auch natürlich durch die Physiologie. Und wo wollen Sie denn nachher noch Urlaub machen, wenn es in Venedig inzwischen so aussieht? Aber es gibt ein paar engagierte Konsumentinnen, die sich davon nicht beeindrucken lassen. Ein Aspekt bei der Überhitzung, der oft nicht eingeschätzt wird, ist, die Wirkung aufs Hirn heißt auch Wirkung auf seelische Erkrankungen. Suizide nehmen zu. Dieses Gefühl von gelernter Hilflosigkeit. Wir können alle nichts dagegen tun, nehmen zu. Und deswegen auch hier wieder die Verbindung zur Notfallmedizin. Wir stehen vor einem ziemlich großen Kollaps. Ich möchte keine Panik verbreiten, aber Priorität. Und das haben diese Golfe offenbar nicht verstanden, dass sie, als sie das gepostet haben, dieses Foto um die Welt gehen wird. Harald Lesch hat mir das zur Verfügung gestellt. Die sind stolz, dass sie erstmal die Runde Golf zu Ende spielen und sich dann um die wichtigen Sachen kümmern. Und genau in dieser Situation sind wir. Wir haben so viele Dinge, die erstmal wichtig sind, dass wir für die größte Gesundheitsherausforderung, den größten medizinischen Notfall meinen, keine Zeit zu haben. Und wer auf eine Art und Weise hat uns das klar gemacht? Eine junge Frau aus Schweden hat plötzlich dieses Thema auf die Agenda weltweit gebracht. Und egal, ob man diesen Kult nun kritisiert oder nicht, kann ich gut verstehen, aber es ist eine unglaubliche Leistung, dass sie erstmal gesagt hat, unite behind the science. Und das ist wichtig, zu sagen, die Jugendlichen sind heute auf eine Art und Weise erwachsener als die Erwachsenen. Die sagen, es ist meine Zukunft und wir haben ein Recht auf das Leben, was die Generation vor uns und über uns auch hatte. Forschung alleine bringt es nicht. Research shows that showing people research doesn't work. Und die Klimaleugner in Verbindung mit Rechtspopulismus sind eine ganz gefährliche Mischung, die die Demokratien in allen europäischen Ländern angreifen. Und dann trauen die Politiker sich nicht, Maßnahmen zu ergreifen aus Angst vor den Gelbwesten. Als Christian Lindner anfing, Pointen zu schreiben für Kabarettisten, indem er sagte, Mensch, die Jugendlichen haben noch keine Ahnung, die sollen immer das Streiken den Profis überlassen, haben sich 28.000 Wissenschaftler hingesetzt, Unterschriftenliste gemacht, Scientists for Future war geboren. Und ich habe mal aus Spaß Sven Plöger angerufen, den Wettermenschen von der ARD und der hat mir mal ausgerechnet, als Christian Lindner und ich zur Schule gingen, da konnte man um 10 Uhr bei 25 Grad Hitze freigeben. Nach dieser Definition findet in Deutschland bald überhaupt keinen Unterricht mehr statt. Das heißt, die Jugendlichen gehen auf die Straße, damit Bildung in Zukunft überhaupt noch Sinn macht. Ich finde das sehr ehrenwert. Wann ging die Bundespressekonferenz, die wir gegeben haben, durch die Decke, als ein YouTuber das aufgegriffen hat? Rezo hat mit seinem Video Klimaforschung unglaublich nach vorne gebracht. Viel weiter als jede klassische Pressekonferenz. Dann habe ich mit Mai von MyLab, tolle YouTuberin, Chemikerin, WDR-Moderatorin von Quarks & Co., seine Aussagen wissenschaftlich geprüft und auch hier wieder das Fazit, leider stimmt das alles. Es ist belegt. Sciences for Future versucht auch, Dinge so rüberzubringen, dass man eben nicht Studien lesen muss, sondern es auch intuitiv versteht. Und warum sind Sie, egal in welchem Gesundheitsberuf Sie aktiv sind, enorm wichtig für die Debatte? Schauen Sie sich an, wem vertrauen Menschen noch? Hier ganz rechts sind die Politiker. Minus 63. Banker, Ökonomen und was mich natürlich wirklich zum Lachen bringt, hier, Weather Forecasters. Das heißt, selbst einem Wettervorhersagefrosch wird mehr geglaubt als den Bankern. Das sollte uns doch zu denken geben. Aber, und das ist der Punkt, ganz, ganz weit oben, Nurses, Doktors, Teachers, Professors, Scientists. Wir sind das Gewissen der Nation. Auf uns wird gehört, wenn der Arzt was sagt, dann ist das für viele Menschen immer noch sozusagen wichtig, das ist Gesetz. Und deshalb können wir nicht mehr wie in der Zukunft uns zu dieser großen Menschheitsfrage nicht klar äußern. Und deswegen sind wir aufgerufen, in die Öffentlichkeit zu gehen. In welcher Form auch immer. Sie müssen ja nicht auf die Straße, aber ich habe diesen Weg gewählt, weil er die Möglichkeit hat, viele Menschen sofort zu erreichen. Aber ich habe das nicht alleine gemacht. Ich habe gesagt, das ist ein Generationenthema. Das ist mein ehemaliger Chef von der Charité, Professor Detlef Ganten. Bei dem habe ich Pharmakologie gelernt und er hat irgendwann gesagt, gegen Klimaüberhitzung gibt es keine Tablette. Haben wir auf dem World Health Summit für globale Gesundheit uns auch stark gemacht. Zusammen mit Luisa Neubauer, der deutschen Greta, wenn man so will, und Silvia Hartmann, die studiert an der Charité, also der nächsten Generation. Drei Generationen von Medizinern vor dem Brandenburger Tor. Mit der einen Idee, gesunde Menschen nur auf einem gesunden Planeten. Und dann haben wir versucht, eine einfache Gleichung dafür zu finden. Haben gesagt, 42 Grad ist eins an zwei. Das ist ein medizinischer Notfall und deswegen die Gesundheitsberufe sind aufgefordert in dieser dreifachen Funktion als die Ersten, die das wahrnehmen, als diejenigen, die selber darunter leiden und als diejenigen, die auch einen Teil der Problemlösung mit verursachen können. Also Klimaschutz ist Gesundheitsschutz. Und genug gejammert, wo sind denn die Vorteile von Planetary Health? Riesenvorteil, Sie haben zwei Milliarden Übergewichtige auf diesem Planeten. Wir haben eine Milliarde, die hungert. Wenn wir anfangen würden, weniger Fleisch zu essen, würden viel weniger Menschen Herzinfarkt und Schlaganfall kriegen. Das sollte uns doch interessieren. Das heißt, ich verzichte nicht auf etwas, ich gewinne Gesundheit dazu. Auch das ist ein ganz wichtiger Gedanke in der Kommunikation. Hört auf, immer über Debatten, Verzichten, Verbote und Regeln zu reden, sondern was gewinnen wir an Gesundheit in diesem Land, wenn wir die Transformation hinkriegen. Und mehr Menschen würden kapieren, worum es geht, wenn man für jedes Stück Fleisch, also jedes Kilo, was man kauft im Supermarkt, so ein 20 Liter einmal Gülle mit nach Hause nehmen muss. Dann wüsste man, jeden Tag brauche ich das nicht. Dann sagt die Verkäuferin, doch, das gehört dazu. Wussten Sie nicht? Haben Sie mit verursacht? Das gibt es nur im Doppelpack. Brauchen Sie einen Deckel oder geht das so mit? Viel Spaß beim Grillen. Bisschen Fleisch ist okay, bisschen Fisch ist okay, aber nicht jeden Tag und nicht diese rauen Mengen, die diesen Planeten platt machen. und Drei-Sterne-Küche für den Intensivpatienten, dachte ich, das ist der Unterschied zwischen Privat und Kasse. Privatpatienten kriegen sogar Drei-Sterne-Thermomix in der parenteralen Ernährung. Wir können auch Insekten essen, dann gibt es auch weniger heimliche Manöver im Fleischlokal. Wobei, beim Chinesen muss man immer aufpassen. Dadurch, dass wir Antibiotika rausgeben wie Smarties, haben wir ein Riesenproblem nach vorne raus auch mit Antibiotika-Resistenz. Auch das hängt global zusammen mit der Veterinärmedizin, weil 70% der Antibiotika gehen an gesunde Tiere und nicht an kranke Menschen. Das ist krank. Und auch da wünsche ich mir, dass Sie klarer sagen, hey, es gibt nur eine Gesundheit weltweit und wir zerstören nicht mehr nur die Tierwelt, sondern wir zerstören auch das Biom, wir zerstören die Artenvielfalt in uns und was das bedeutet, das wissen wir noch gar nicht. Wie gesund sozusagen unsere Symbiose hier drin ist. Ein positives Bild von der Welt, in der wir hinwollen, kann man in Kopenhagen finden. Fahren Sie mal nach Kopenhagen, schauen Sie mal, wie angenehm es ist, dort zu leben. Das ist Lebensqualität. Und da fahren die Leute Fahrrad nicht, weil sie müssen oder aus Vernunft, sondern weil es der einfachere Weg ist, hin und her zu kommen. Und ich atme lieber die Abgase von 10 Radfahrern ein als von einem SUV. Wobei SUV-Bashing ist zu billig. Eine Million von diesen Tonnen-Dingern wurden zugelassen, nur in diesem Jahr. Und mir war einfach nicht klar, wie viele Deutsche im Gelände wohnen. Also, die brauchen natürlich ein hochmotorisiertes Auto, um in den Wald oder in die Wüste oder in die Berge, da wo sie eben hausen, überhaupt anschlussfähig zu sein. Aber die müssen ja auch mal Brötchen kaufen. Und wenn die dann auf eine öffentliche Straße kommen mit dem PS von einem Traktor, dem Stahl von einem Traktor, dann sollten die auch nicht schneller fahren dürfen wie ein Traktor. 25 Stundenkilometer für SUVs, das Problem wäre von der Welt. Und jeder, der mit Kindern zu tun hat, wenn ein Kind vor einem SUV läuft, ist das ungünstiger für die Überlebungschancen als vor einem anderes Auto, wo es abrollen kann. Auch da, Ärzte haben eine Pflicht, Prävention ernst zu nehmen und in die Bevölkerung zu bringen. Wir brauchen ein Gefühl dafür, wie es uns selber eigentlich gehen kann. Und das verlieren wir. Weil viele Männer denken, was brauche ich, Yoga, kriege ich auch so hin. Das fand ich lustig, dass, wenn man sich das Divi-Programm durchliest, da immer von Koma und von Leberschäden und so, theoretisch erst die Rede ist und am Abend praktiziert man das dann auch. Was Menschen brauchen in der Humanmedizin ist menschliche Zuwendung. Und da widerspreche ich auch gerne Herrn Spahn, die Digitalität wurde immer uns präsentiert als eine riesen Arbeitserleichterung. Ja, wenn ihr dieses System einführt, dann wird es viel leichter, weil es euch Routine abnimmt. De facto hat es vor allen Dingen die Dinge noch komplizierter gemacht. Weil Dinge noch einfacher dokumentiert werden, wird jetzt alles dokumentiert. Und deswegen wünsche ich mir, wenn man schon so viel dokumentiert, nicht nur eine Tabelle für Stuhlgang, sondern auch eine für wie viel haben sie gelacht. Denn nicht gelacht haben ist bedrohlicher als ein Tag nicht gekackt. Das ist mentale Obstipation. Und wir brauchen nicht mehr ökonomische Fehlanreize in der Medizin. Wir brauchen mehr Menschlichkeit und dafür braucht es Zeit und Menschen, die da auch arbeiten können und nicht auf der Flucht sind. Und dafür setze ich mich ein. Und das ist eine Frage von Planung und von Handeln. Jeder hier im Raum hat einen viel zu hohen CO2-Abdruck. Ich natürlich auch. Aber wir haben einen Handabdruck. Wir können etwas an dieser Situation ändern, indem wir uns artikulieren, indem wir laut werden, indem wir dieses Gewicht, was wir als vertrauenswürdige Berufsgruppe haben und indem wir sagen, da wollen wir hin, das ist die Zukunft, auf die wir uns freuen. Eines Tages werden wir alle sterben. Snoopy, ja, das stimmt, aber an allen anderen Tagen nicht. Und für mich ist der Mensch ein Wunder. Und das ist ein Gag, den alle aus den Dialysestationen kennen. Jesus konnte Wasser in Wein verwandeln, aber jeder von ihnen ist in der Lage, über Nacht aus dem ganzen Wein wieder Wasser zu machen. Das ist auch ein ganz schönes Wunder. Und deshalb möchte ich gerne noch drei Atemzüge innehalten. Ich habe sie beballert mit Dingen, die mir am Herzen sind und von denen ich mir wünsche, dass sie bei Ihnen auch Klick machen. Die nächsten zehn Jahre entscheiden darüber, wie die nächsten zehntausend Jahre auf diesem Planeten laufen. Und wir sind Mitverursacher dieser Klimakrise. Warum? Weil wir als Industrienation schon lange vor den Chinesen anfingen, Gase da hoch zu schicken. Und wir sind eine der kreativsten Innovationsnationen. Wir waren mal führend. Wir reden immer noch über 20.000 Arbeitsplätze in der Braunkohleindustrie und reden nicht über 100.000 Arbeitsplätze, die wir in der Solartechnik hatten und schon wieder verloren haben nach China. Und hätten die Hätten die Videothekenbesitzer eine Gewerkschaft gehabt, dann würden wir bis heute keine Streamingdienste haben. Es gibt Fortschritt und es gibt ein Besser oder Schlechter aus medizinischer Sicht und aus medizinischer Sicht müssen wir alle für eine fossilfreie Welt kämpfen. Und ich möchte diese drei Atemzüge nutzen, dass jeder von Ihnen sich einen Gedanken aus meinem Vortrag mitnimmt. Weil Sie werden noch ganz, ganz viel heute hören. Sie werden noch beballert werden von anderen Informationen. Und deswegen wünsche ich mir, dass jeder einen Impuls von mir mitnimmt, dann war ich nicht umsonst hier. Und wenn Sie die Quellen zu meinem Vortrag interessieren oder auch meinen Lieblingscartoon, wir können das Leben nicht bescheißen, aber wir können einen Unterschied machen. Und ich mag die Intensivmedizin, weil sie Vorreiter ist für interprofessionelles Arbeiten, für Lernen und für schwarzen Humor. Ich habe mal auf einer Verbrennungsstation einen Vortrag gehalten für Humor und da sagte einer, bei uns hat es eine andere Bedeutung, wenn wir sagen, der Patient aus der 17 hat aufgehört zu rauchen. Sehen Sie, so einen Witz kann man nur hier machen. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Und wenn Sie Lust haben, schreiben Sie mir eine E-Mail, dann schicke ich Ihnen gerne alles, was ich darüber weiß. Kooperation kann diese Welt noch retten. Herzlichen Dank. Applaus